es ist nichts leichter als das okay ich glaube den raum können wir einfach rein stürmen genau gerade wenn wenn meine truppe die idee hat solche umwege zu machen es ist besser wenn immerhin vorgeht und fallen entschärft nichts leichter als das so immerhin sammelt mal feuerpfeile auf genau hier kommen kobold ohne ende 20 feuerpfeile haben wir schon mal zusammen und es werden immer mehr werden ich muss das jetzt wirklich so machen in dem gebiet da sehe ich mit ihm wollen und höchstens zwei weiteren leuten die kämpfen können das werden wahrscheinlich minsk und talisa sein vorgehen muss während die restlichen hier am spawnpunkt warten weil ich weiß dieser große raum hier das borne gerne gegner drin so hier braucht meine hilfe wenn niemand besser geeignet ist ihr versteckt euch mal hier und ich denke mal wenn wir uns aber wir sind ja schon fast bei dem ausgang wieder so hier werden abzweigung hier ist der hochgang und da ist eine falle gut das heißt ihr beide könnt schon mal nachziehen ich verschwinde jetzt guckt sich die beiden gänge noch an hier ist schon mal nix hier könnten wir uns zurückziehen in den tempel wenn wir heilung oder rast brauchen ich wünschte nur in dem teil würden fallen auch erfahrung geben ich würde so viel erfahrung hier drin bekommen was wollte ich einer unter meiner würde ja denn ich verschwinde jetzt halte ich zurück und hier ist auch eine sackgasse nein hier ist keine sackgasse ok aber sie sind schon mal zu hören ich habe genug davon ja nichts leichter als das und ja ich werde hier ziemlich oft speichern der gang hier sieht eigentlich so aus genau eine falle ist denn ich verschwinde jetzt ja nichts leichter als das breiten ging immer misstrauen ihr könnt ja von mir aus mit zählen wie oft ich neu lade eine offene wunde im antlitz von mutter erde ich könnte werde ich sie stopfen so kogold kommandos die um die ecke kommen genau die spawnen nämlich und machen sozusagen jagd auf mich jetzt deswegen ist das eine gute idee die geben sogar 35 erfahrungspunkte die kogold kommandos ach so ich kann nichts aufnehmen ja dann lass einfach mal liegen obwohl du kannst die mal weg stecken und die ringe weg stecken dann hast du wieder ein bisschen platz au so wenn niemand besser geeignet ist äh nein im boben brauchen wir dich noch mehr kogold kommandos ja 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 so wir gehen hier weiter währenddessen was wollt ihr ja ihr habt schon erledigt und hoffen dass um die andere ecke nichts kommt gerade so gut mich kümmer ich hab genug davon so eine secke ja gut ja das ding besteht ziemlich zu ziemlich viel prozent aus sackgassen die mit fallen gespickt sind das ist noch gemacht das ganze noch mal einen ticken nerviger und was wollt ihr einen ticken anstrengender was wollte denn ich verschwinde jetzt fast nichts leichter als das aber ich muss ehrlich sagen bis jetzt kommt ziemlich gut durch ok ein neuer großer raum ja beinahe unter meiner würde mich kümmerts ich hab genug davon so machen wir mal kurz wieder an und aus scheint aber diesmal leer zu sein was wollt ihr gut so ihr beide kommt weiter ich hab genug davon eure dienerin steht zu euren diensten nur einmal kurz kann ich was ja beinahe unter meiner würde was wollte ich ich hab genug davon und ja da stehen sie es sind sechs geisterhafte ritter keine von ihnen ist uns böse gesinnt äh gesonnen aber wir können mit ihnen reden zusammen angreifen zusammen fallen das war unser schwur niemand zurückgehen bevor nicht alle eins sind das ist der schwur wir müssen alle eins sein in der nähe der feuerweinbrücke habe ich ein bahn getroffen der mir eine aufregende geschichte einer gruppe von schwertkämpfern erzählt hat die einzelnen wurden nicht ganz klar aber soweit ich das verstanden habe wurden die kämpfer aus den eigenen reihen verraten und deren seelen werden erst wieder zurückkommen wenn sie mit dem verräter wieder vereint sind was für eine seltsame geschichte und genau diese ritter haben wir jetzt getroffen ein paar seltsame gespenstische ritter im feuerwein sagten etwas davon dass sie nicht gehen könnten bevor sie alle eins sind vielleicht ist einer von ihnen vor jahren verloren gegangen ja der verräter nämlich so immerhin guckt jetzt erstmal hier weiter bis jetzt haben wir ja glück dass wir noch keine weiteren spawn points entdeckt haben was ich jedoch schnell ändern kann nichts leichter als das mich kümmert es denn ich verschwinde jetzt so erstmal hier rum gucken hier scheint allerdings nichts zu sein außer kobolde du bist hier lang du bist hier lang du bist hier lang ja und deswegen habe ich minsk und tannister genommen was wollt ihr denn ich verschwinde jetzt was nichts leichter als das geh dir mal um die ecke in deckung ja ich hab genug davon und du gehst um die ecke in deckung genau so muss ich das ganz vorsichtig machen es gibt das nur probleme was wollt ihr nichts leichter als das kann ich euch beheftet wenn niemand besser geeignet oh man muss aufpassen wochi hier sind auch wieder ein paar mehr kobolde tot ist wo der respawn wieder mal eingetroffen du bist ja ein komischer körper was wollt ihr so hier ist gefalle was gut äh nein imoen ja beinahe unter meiner würde mich kümmert denn ich verschwinde jetzt so geht es jetzt erstmal hier rum imoen was wollt ihr nichts leichter als das ihr beide folgt ihr au ok eine falle übersehen macht nichts imoen kann geheilt werden das war nur eine magische geschossfalle die hat zwar etwas weh getan hat gleich mal zwölf lebenspunkte gekostet aber das können wir nochmal hochheilen so ja gut was wollen ich habe genug davon ok das heißt jetzt geht es hier rum was wollt ihr gut die beiden folgen ja denn ich verschwinde jetzt was gut ihr hinterher ja man merkt ich bin hier voll konzentriert bei der sache die feuerreinbrücke ist wirklich ein garstiger ort hier braucht meine hilfe da kommen sie jetzt aus all ihren löchern na komm was wollte ich habe genug davon was wollt ihr nichts leichter als das kommen noch mehr kovat kommandos kann ich und wenn niemand besser geeignet ist hier braucht meine hilfe wenn niemand besser geeignet ist ja das ist eine tolle taktik die beiden müssen den raum hier halten die drei müssen den raum hier halten während die anderen drei auf erkundungstour gehen sozusagen den rückzug decken ja hier lang ja jetzt müssen wir erst noch den da los werden und hoffen dass dünner hier nicht die pfeil äh die kugeln ausgehen man kann es ja mal versuchen so mich kümmern ich habe genug davon so da ihr braucht meine hilfe wenn niemand besser geeignet ist ich glaube wir gehen ein wenn ich mich recht erinnere geht es einmal im kreis herum oh ja komm so schnappst dir pfeile oh die sollte vielleicht nein die kalle lasse ich besser mal an ok hey kumpel du siehst aus wie ein untoter ritter ja nichts leichter als das ja hier lang was wollt ihr gut mich kümmern hier lang was schlagt mich nieder nehmt die rüstung zurück ok wir müssen einen untoten ritter töten mit trinkst du sicherheiten schluck ja nichts leichter als das du machst mal den hier so und jetzt haben wir gehen nieder was wollt ihr denn ich verschwinde jetzt so was wollt ihr ich bin ganz ohr man kann es ja mal versuchen noch mehr kugel so du heilst mal niemanden weil du keine heilung mehr hast deswegen müssen wir die beiden mal verbraten die notfallheilung kann ich tun mein bestes so eure anständigkeit erfrischen wenn man so vielen autoritätspersonen ihr braucht meine Hilfe ok ein heiltrank was wollt ihr wir haben ja genug heiltränke äh vorsichtig ja denn ich verschwinde jetzt die neuen gehst langsam vorwärts ok das hier sieht nach einer sackgasse aus die erkunden wir zuerst mich kümmerts nicht denn ich verschwinde jetzt und wir haben die rüstung der ritter gefunden ist hier ein spawn und nein hier ist eine tote imuern ok dann gehen wir erst hier lang ganz vorsichtig ach da ist die falle ok wenn wir sie blickfeld haben dann dürften wir es auch erspälen können abone wir sind dr